Mobbing-Opfer Keaton Jones, Hollywood-Stars stehen ihm bei Ein ganz normaler Schüler aus Knoxville, wird gemobbt. Und zwar so schlimm, dass er sich irgendwann nicht mehr zur Schule traut. Seine Angst teilt er seiner Mutter mit, die seine emotionalen Worte auf Facebook veröffentlicht, sie machen sich über meine Nase lustig. Sie sagen, ich bin hässlich und ich habe keine Freunde. Nun machen ihm viele Promis via Sozial-Media Mut, kleiner Mann, du hast in mir einen Freund fürs Leben, schrieb zum Beispiel Snoop Dogg, 46, auf Twitter. Das war's für's, dass wir beim ersten Mal sehen, ist ein proceeds, was wir bedenken. Das war's für heute. Was ich bedenken? Das war's für heute. Das war's für heute.